Musik Finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Hier in Shanghai beginnt jede Runde mit der berühmt-berüchtigten Schneckenkurve, aber auch die anderen 14 Kurven haben es in sich. Die 5,4 Kilometer lange Strecke ist sehr herausfordernd und die unglaublich lange Gerade bietet in jeder Runde die beste Überholmöglichkeit. Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 320 kmh vor der Bremszone zur Kurve 14. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Vielleicht sollten wir uns zum Einstieg über Max Verstappen unterhalten. Das wird heute keinesfalls leicht für Sie. Wegen einer Strafe aus dem letzten Rennen müssen Sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten. Ja sicher, das ist keine der Positionen, von denen du zu Beginn eines Grand Prix starten willst. Bei so einem Platz müssen Sie mit reichlich Verkehr rechnen. Aber wir wissen auch, dass Sie mehr Tempo als die Teams um Sie herum haben. Daher gehe ich davon aus, dass Sie innerhalb der ersten Runden einiges aufholen werden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Kevin Magnussen startet von der Pole Position und daneben steht Sebastian Vettel. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Bottas, Sainz Junior, Richter, wegen einer früheren Grittstrafe wird er von weiter hinten starten. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke zu schaden. Jetzt haben wir ein paar Punkte auf dem Board, lasst uns diese Form fortsetzen und aim for another Top 10 finish. Genau so ist es nochmal. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FM 2019. Ja, wir starten von Position 5, ebenfalls verstoppen auch eine Gewinnschaft. Bekommen auch mal die Überraschung da vorne, dass ein Magnussen auf der Pole steht. Also alles andere als einfach. Und wir müssen jetzt uns nochmal strecken. Ist nicht ganz einfach da vorne. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, ob wir es hinkriegen können. Gut, unser Teamkollege steht auf 2, also hoffentlich kriegt er relativ schnell den Platz an vorne. Vielleicht können wir sogar einen Doppelziehung holen, die Mitte Renault. Mal schauen. Das Rennen wird definitiv alles anders einfach werden. Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Nicht unmöglich. In so einer Runde werde ich am Rennen gehabt. Das war leider jetzt ein bisschen zu... Aber ich kriegte vorbeigelassen. Ne, schade. Er lässt sich nicht zurück überholen. Naja, mal gucken. Mal gucken. So, auf, auf. Mal gucken, wo das die Ferrari hier auf dem Magazin hinkriegt, aber das soll nicht unser Problem sein jetzt. Ja, ein Platz verloren. Aber den hole ich mir wieder zurück. Ja, der wehrt sich, der Alpha hier. Jetzt. Na, leichte Kollision, habe ich ein bisschen in ihn hineingefahren. Na, der Flügel kaputt. Den habe ich ein bisschen beschädigt. Ich dachte, der wäre okay gewesen, hat gepasst noch. Aber der hat leider noch nicht gepasst. So, vorbei schon an Zeins. Wieder zwei Plätze gewonnen. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen rankommen. Und das ist Dreiergrübchen da vorne, ne? So, Vettel will jetzt, glaube ich, gleich Magnus angreifen. Sehr gut, wie gesagt, Doppelsieg wäre sowas von wertvoll. So, Bettzeit. So, Bettzeit. So, Bettzeit. Ah, leider müssen wir den Boxen mit Flügelwechsel machen. Wir müssen ein bisschen mehr bremsen als was da vorne ist. Komm Vettel, hol ihn dir! Ja, ich dachte, es kommt doch noch in die Lücke rein, aber irgendwie will es nicht. So, den ersten habe ich. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da an den zweiten vorbeikomme. Flügelchen auf. Ja, 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 komm komm! Ja, der heißeste, der Westing Point ist gar nicht mal so schlecht auf den geraden. Ah, das war zu offensichtlich. Scheiße! Das war zu optimistisch. So ist es richtig. Scheiße! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, funktioniert das. So, die Frage ist, ob das reicht für die Führung. So, die Führung, pass. So, die Führung, pass. So, die Führung. So. 6 Röten haben wir noch. So. 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 Spannende Ja, nehmt die Flügel. Ganz ideal ist es nicht. Oh, bester Ausfall. Ja, ist das bitter für ihn. Dann haben wir zwei Seiten angeführt und dann jetzt auf der Auswahl. So, das ist natürlich ideal. Volle Punktzahl vielleicht. Volle 44 Punkte. Bis hier mir das ganz wichtig. So, nachdem der Kräuter sollte noch stehen. Ich fahre ich schon vorüber, okay. 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 Ja, denn wir später das Glühchen. So, jetzt können wir uns gut absetzen. So, jetzt können wir uns gut absetzen. so noch drei runden sind wir durch so 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 Kupfer viele mannen bitte aber noch genug so das sollte man aufpassen sind wir rausgekommen sagt er flügel ist es halt ganz ideal ist das nicht gerade ich merkte schon so letzte runde dann haben wir den zweiten saison sieg und den ersten doppelt sieg und zwar volle punkte das team nämlich 44 25 18 und der eine punkte die extra stelle runde so letzte runde gleich letzte runde letzte runde jetzt geht's lange auf die gerade dann ist es nicht mehr viel 8,1 sekundenvorsprung das wird eigentlich auch eine volle überreißen so der haarnadelin nochmal letzte kurve dann haben wir eine zweite saison sieg das war ein echter team sieg sie hatten eine solide strategie die gut an die bedingungen der strecke angepasst hat der fahrer hat alles getan was von ihm erwartet wurde um den plan des teams perfekt umzusetzen ein glänzendes beispiel dafür dass das hier ein echter teamsport ist die sieger begeben sich nun auf das podest und das team von renault hat erneut gezeigt was man für ein erfolgreiches formel 1 team benötigt ein wohlverdienter sieg für das team dass wir einen blick auf die fahrer Rangliste. Dichter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das Lukas Weber. Cool, gelassen, gefasst. Eine sehr beständige Leistung, auf die er heute stolz sein kann. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel 1 Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Jo. Dann haben wir das doch. Gutes Wochenende. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja. So. Lukas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis? Danke für den Kommentar. So, dann haben wir das auch. Nächstes Rennen müsste jetzt... Baku sein, glaube ich. Also Balcan, ja. So, passt auf jeden Fall. Nächste Rennen-Wochenende, wie gesagt, ist Baku dann. Also, Aserbaidschan. Ja, das nächste Woche.